Ah, nice. Jo, was geht, Leute? Herzlich willkommen zu Ah Nice. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid gesund und munter. Draußen wird es immer kälter. Es wird schneller dunkel. Wir wissen alle, was das heißt. Der Winter naht. Und es gibt eine Sache, die uns auf jeden Fall erwartet. Weihnachten? Nein. Schnee? Das auch nicht. Ich rede von negativen Sachen. Ah, Uge Geburts. Leute, die Rede ist von Erkältungen. Ja. Eine Erkältung ist sicher auch nichts Schlimmes. Nur dieses Jahr. Corona. Dieses Jahr, in dieser Lage. Wir wissen alles, was das bedeutet. Corona. Wir wissen doch alle, wie wir normalerweise draus sind, wenn jemand eine Erkältung hat. Junge, was laberst du? Ich hab doch abgezogen. Ey, Bruder, immer dasselbe. Du und du, ihr seid beide schlecht. Ich hab doch gesehen, wie er dich besiegte. Besuchtheit. Boah, danke, Junge. Junge, deswegen rede ich gar nicht. Checkst du? Bruder, ich hab gegen dich 10-0 gewonnen und gegen... Gegen dich 10-0 gewonnen. Aber Junge, was laberst du, Alter? Ich hab das doch gesehen. Ey, Jungs, ihr beide immer mit eurem Vielfalt spielen. Bester Punkt noch aufs Ende. Ah, Bruder, chill doch mal jetzt, Mann. Ein normaler Mensch ist zweimal, du nimmst hier dreimal hintereinander. Ob zwei- oder dreimal? Was ist das? Hey, Bruder. Nimm mal hier ein Taschentuch, Alter. Was soll das? Jungs, ihr übertreibt es ein bisschen. Ja, ich bin noch... Ey, Jungs, ich bin ein bisschen der Kälte, Mann. Du darfst nicht krank werden, verstehst du? Das ist so genießen, Alter. Du, Bruder, trinkt Tee, Bruder. Ja, Bruder. Ja, Bruder. Aber jetzt, wenn jemand eine Erkältung hat, ist... Ey, Jungs, mir ist was passiert mit deinem Mädchen. Ich brauche eure Hilfe, ja. Was denn, Mann. Auf viel... Sorry, Jungs. Auf jeden Fall, guck mal, es ist im Moment so ein Mädchen, ne? Ja, Bruder. Die mag mich, ich mag die. Ja, Bruder. Aber ich weiß nicht, was... Sorry, Jungs. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich sofort übertreiben, ihr Rosen schenken, oder soll ich ein bisschen arrogant sein? Weil ich hab vom weißen Mann gehört, ein bisschen... Bisschen arrogant sein. Jungs, kommt mal her, Alter. Ich bin doch nicht am weißen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hab gesagt, arrogant sein ist nicht gut, weißt du? Aber so Rosen schenken, so süß, ne? Mit einem Ring... Mit einem Ring vielleicht auch dabei... Du machst das schon. Nein, du machst das schon. Ja, okay, auf jeden Fall. Sag was, sagst du, Rosen oder Arrogant sein? Du kauf beides. Ja, ich kauf beides. Und du? Beides, beides ist gut, ja. Beides? Beides ist gut, beides. Okay, ich bin arrogant. Ich bin arrogant und kauf Rosen. Jungs, ihr seid gute Freunde. Arrogant und Rosen sein. Sein. Leute, wir wissen ganz genau, wie wir normalerweise sind, wenn jemand hustet. Ich hab keine Schuhe für 500 Euro. Wie geh ich aus? Schuhe für 500 Euro? Was sagt der da? Muss ich doch mal gehen oder nicht? Ja, nochmal, ey. Einmal, ey. 500 Euro Schuhe. 500 Euro Schuhe. Machen wir das Bruder, Bruder. Bruder, niemals höre ich für 500 Euro Schuhe, weißt du? Würde ich auch nicht haben, oder? Einmal wäre das hart. Bruder, du suchst es mir zu viel, Bruder. Ja, hier, nimm dir die Suchenbonbon, Bruder. Ich weiß, was in dein Hals ist, Bruder. Dankeschön, Bruder. Ob ein Frosch in dein Hals ist, Bruder. Danke, danke, Mann. Bruder, eine Ameise, Bruder. Gönn dir einen guten Mann, Bruder. Da hast du nicht krank werden, verstehst du? Danke, danke, ey. Nicht korrekt, Mann. Bruder, damit du auch nicht krank wirst, Bruder. Bruder, da geierst du nicht, aber ohne die Schuhe geierst du, ne? Bruder, diese Bombe hat 1 Euro gekostet, Bruder. Siehst du? 1 Euro. Ich kann mir die auch 500 Mal holen. Ja, Bruder, lass mal. Aber jetzt ist die Lage anders. Es ist so kalt, Junge. Ich bin am frieren, Alter. Meine Nase ist schon an Eiszapfen geworden. Bruder, Deutschland. Boah, es ist so kalt. Ich glaube, ich werde krank langsam. Ja, ich glaube auch. Run. Jungs, komm hin. Ey, was machst du, Junge? Wohin rennt ihr? Corona. Ja, Leute. Die Lage ist mies. Und zur Zeit in der Öffentlichkeit zu husten. Und in der Öffentlichkeit zu husten ist gerade... Ist ganz normal eigentlich. Heißt ja nicht, dass man unbedingt Dings hat. Corona. Aber... Ja. Leute gucken und denken dann so, 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 so. Auf jeden Fall, Leute, das war's mit dem Video. Bitte seid nicht sauer, dass das so kurz war. Es kommen Videos, keine Sorge. Ein riesen Dankeschön an AlmanisTV, dass sie mitgemacht haben, die Jungs mitgemacht haben. Der Link ist unten in der Bio. Checkt ihr auf jeden Fall ab. Und noch eine Sache. Leute, mein Bro, King Junior und ich, wir fangen jetzt wieder an zu streamen. Das heißt, wir fangen wieder an. Wir streamen jetzt gemeinsam. Wir werden gemeinsam Reaction-Videos machen. Unser Link ist auch unten verlinkt. Checkt uns auf jeden Fall ab. Es werden jetzt häufiger Videos kommen. Wenn nicht hier, dann da. Checkt unser Livestream ab. Abonniert uns. Seid unterwegs. Seid auf der Hut. Seid nicht unterwegs. Seid einfach nur auf der Hut. Ihr wisst Bescheid. Checkt die Jungs ab. Checkt unser Twitch-Link ab. Lasst ein Abo da. Passt auf euch auf. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.